Stand by, er fährt weiter in Richtung Süden, am Whiteboard Fernseher jetzt vorbei, weiter in Richtung Süden. Die machen es doch noch schlimmer, der Herr. Fahren sie doch einfach mal rechts ran. Voll trotzdem mal weiter. Weiter in Richtung Süden unterwegs, sind jetzt gleich, oh mein Gott, wurde ganz böse gepittet. Stand by. So stehen bleiben. Aussteigen jetzt, sofort aussteigen daher. Versuchen sie gar nicht weiter zu fahren. Aussteigen. Und die Hände hochnehmen. Einmal die Hände nach oben. Kommen sie bitte zu uns und die Hände hochnehmen lassen. Genau, perfekt. Einmal bitte rumdrehen, ich würde ihnen mal die Handschellen anlegen. Wenn die jetzt hier kommen, wir bauen hier mal eine Mauer an der Garage. Genau, baut die Mauer, baut die Mauer, schöne Mauer bauen. Oh mein Gott, das ist viel zu viel, Bullshit. Genau, aussteigen, fuchsiert die Kompon. Was ist denn das für eine Mauer? Boah, ich bleib hier erst hin. Genau, links nach rechts. Am besten Energie, die Raster, die aufgeschieben sind. Komm, schützt euch. Fokusfeuer. Komm, von rechts nach links. Nimm die Einzelnen raus. Achtung, schönes Fokusfeuer an die Eiermann. Komm. Genau, immer die Einzelnen rausfokussieren. Genau, schönes Fokus aufbauen. Komm. Ah, keine Angst, komm mit. Achtung, links von uns ist die Schlacht besetzt. Hinter uns stehen. Backstab, hinter uns. Achtung, einer bitte um den Backstab zu machen. Achtung, von links ist ein Traster. Schieb auf den Traster. Genau, Freitag-Kollegen. Geht in Sicherheit, ob wir Wäste ziehen. Wäste ziehen. Genau, passt auf euch auf. Genau, da müssen wir jetzt dann das Materialieren. Dass wir uns dann einmal sammeln. Gucken wir uns in die Gegend. Wir starten jetzt wieder mit dem Helikopter. Genau, gucken wir uns in die Gegend. Da müssen wir uns in die Gegend haben, dass der Nächste irgendwo ist. Genau, Achtung am Dach oben. Im südlichen Dach bei der Garage. Da geht einer hinter euch aufs Dach. Südliches Dach hinter euch stehen. Genau. Guckt da, dass ihr da fokussiert schießt. Genau, nicht bitte alleine rumlaufen. Achtung, haben wir den Draft da, der was hinter uns rumfährt jetzt. Genau. Vorsicht, Bloody. Renn mal bitte hinter die Gebäude alle rein. Nein, nein, nein. Scheiße. Gibt mal eine Weste in Medich. Genau, dann probieren wir mit den paar A-PG-Beamten. Wir haben jetzt die Dächer für die Dächer. Sprüche auf dem Dach. Ihr holt alle weg. Ihr wird alle weg. Pass auf dem Dach. Hier um die Ecke auf dem Dach. Von der Garage ist er drauf. Hier oben auf dem Dach. Auf dem Dach. Direkt hier oben auf der Spitze. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Und dann baut ein schönes Fokus. Feuer auf. Achtung, vorne. Ich bin auf dem Dach. Ich muss dich nur halten. Ich bin auf dem Dach. Ich halte ihn wieder rein. Haltet, haltet gegen, haltet gegen, haltet gegen. Genau, halb gegen, Kollegen. Genau, fuchsiert die Achtung. Zwei kommen jetzt. Der Helikopter hinten runtergesprungen. Der müsste gleich fliegen. Direktor, direktor, direktor. Die müssen, die müssen nicht backen. Die müssen nicht backen. Wie viel kriegt man für verschrotten? 25 Prozent, ne? Welche, ich nehme keine Ahnung. Oh, Alter. Wo kommt der jetzt her? Wo kommt der jetzt her? Wo kommst du jetzt her? Es sind drei habe ich gekauft. Ich habe drei unfreiwillige Geiseln. Ja, ein paar und ein halbes hat er doch gesagt. Ach so, gut. Tu ein halb mehr ein, oder was? Also. Ich mache euch einen Deal. Nein, also. Ein halbes ist ja immer. Also ein Pärchen ist ja immer zwei. Ja, ein Pärchen sind zwei. Und der ist halt ein halber. Sehr gut. Moin, Sie sind also die halbe Portion? Was für eine halbe Portion? Alles gut, ignorieren Sie nicht einfach. Geht's Ihnen denn soweit gut, der Herr? Moin. Alles gut. Gut. Ähm. Warum sind Sie hier? Äh, weil ich mitgenommen wurde. Okay. Freiwillig oder unfreiwillig? Ja, wer geht schon freiwilliger als Geiseln nicht? Äh. Das heißt ja noch gar nicht, dass die Geiseln sind. Also nur, also kann es sein, dass sie gefroren worden sind. Die Hose, weil da sind Leute, die Frauenhose an. Äh, wie war Ihr Name, der Herr? Mike Anderson. Mike Anderson, okay. Ja, hören Sie auf dem, was die Leute sagen. Wir holen sie dann gleich wieder raus. Wenn sie Hunger und Durst haben, gibt's drinnen jetzt die Kopf. Alles klar. Jo. Jo, tschüss. Dann erzähl mal. Mach keinen Blödsinn. Ja. Was möchtest du denn jetzt haben? Hallo? Also für euch zur Info, die DMP, die sind nicht von uns. Das ist auch nicht vom LSP, das sind irgendwelche Zivilisten. Also das ist natürlich... Das ist der Zivilisten. Kann man jemand bei uns im Hauptfunk nachfragen, was der Helikopter, ob der von uns ist oder nicht? Nee, wenn ja, der soll immer bitte abziehen. Der nervt. Danke. Also ich bin schon dran mit der Armee. Ach, bitte. Für die Einsatzleitung, das ist hier. Nee, der hört auch nicht zu uns. Moin, junge Dame. Ach, hallo. Wie ist denn die Name? Wie ist die Dame? Nelly Hooker. Wie? Hallo, Nelly. Nelly Hooker. Nelly Hooker. Und was machst du hier, Nelly? Ja, ich wurde mitgenommen, ne? Freiwillig? Nein. Unfreiwillig? Ja, ja. Okay. Geht's nur noch mal gut? Nelly, Nelly, Nelly. Ja, sonst ist alles gut. Okay, okay. Dann hören Sie auf jeden Fall auf die Menschen, die da drin sind. Und ja. Wir holen sie da auch gleich raus. Genau. Komm, Kanzler, wieder zu uns kommen. Und wenn du Hunger und Dose hast, drinnen gibt's was zu kaufen. Alles klar. Du sollst aufhören, die bei der Tankstelle noch gewinnen zu machen, Frank. Nelly, tschüssi. Meine Tankstelle, Entschuldigung. Ich glaube, eine Person haben wir noch, oder? Habt ihr noch eine? Mensch. Wie viele Leute passen? Ja, eine haben wir noch. Wir haben fünf. Wie viele Leute passen in den Raum rein? Ja, dahinter ist eine halbe Vokage-Party, seid euch. Und wie viele seid ihr? Fünf. Fünf? Also ihr seid fünf? Ihr habt fünf? Soll ich noch ein paar wegschicken, oder was? Wir sind mehr als fünf. Wäre ja unfair. Oh Gott, der will ich nicht. Deswegen. Moin, wie ist dein Name? Jos Stramont. Umdach. Ne, sterben wird ja keiner. Glaub mir. Wie war dein Name? Hoffen wir mal. Jos Stramont. Wie? Jos Stramont. Ach, Jos. Moin, Moin. Was machst du? Was machst du hier? Ah, weil die sind sehr entspannt. Ja, zum rumgucken. Der ist geisel. Ja, warum fährst du freiwillig mit den Leuten mit, sag' ich mal? Warum freiwillig das? Also, hat dir denn Mama nicht beigebracht, dass wir nicht bei den Leuten ins Auto einsteigt? Ja, genau. Sind ja nicht bei den Horten Totten hier. Ja, war ja nicht freiwillig, ne? Ja, du. Also, wir holen dich ja gleich wieder raus, dann darfst du dich zu uns gesellen. Wenn du Hunger und Durst hast, gibt's Rinde zu kaufen. Hör bitte auf, was die Leute sagen, okay? Na klar. Leute, machen wir genauso. Na klar. Perfekt. Mach kein Blödsinn. Das war jetzt fünf. Ich doch nicht. So, das waren fünf. Das waren alle. Ein nach und perfekt. Und ihr seid O5, also ist das ja ein Zehn gegen fünf, das ist ja unfair. Ah, nee, das waren ja, die haben wir Herren. Nee, nee, also wenn das so weiter geht, ist das Zehn gegen Zehn. Also, ne, fünf gegen Zehn, weil ihr seid gleich ein Zehn, oder? Ja, aber das Ding ist, boah, die ist doch den Kollegen hier bei mir, gell? Der, äh, dieser komische Frank da. Also, ich werde dafür, dass fünf abziehen, sonst ist es unfair. Okay. Fünf abziehen? Da seid ihr aber auch noch immer noch zehn. Nee, die Geisel, das ist ja fünf gegen fünf gegen fünf, so, also... Ja, aber das Ding ist, am Ende schließen sich die Geisel bei dir mit an. Nein. Nee, pass auf, ich würde dir vorschlagen, wir machen das hier fertig, dann treffen wir uns unten in der Arena und dann machen wir halt das fünf gegen fünf gegen fünf. Das klingt gut. Das ist so ein schöner Tier. Perfekt. Okay. Bis gleich. Na, das war's doch jetzt, komm, zurück, lass ihn wegfahren. Tschüss. Steht ein. Nimmst du ja den Kollegen mit oder ist der gerade überfordert? Nee, der bleibt da drinnen. Die fünf bleiben da drinnen, sonst ist ja fünf gegen fünf gegen fünf unträgert. Ja, nee, alles gut, aber ich meine, deine Kollegen mitnehmen. Ja, ja, komm, steig ein hier. Komm, los. Ja, steig ein schon. Der will wohl nie, oder was? Mann. Also, ein Pfuh für dich. Weiß ich nicht. So, wie es jetzt aussieht, äh... War's das? Okay. Das war mir rein. Äh, was? Du, ich hab keine Ahnung, was ich gemacht hab. Echt, guck mal, euch geht's all gut. Die waren auch alle FD-Inheiten. Bitte einmal zum SG kommen. Fahrzeuge, soweit, ähm, in SG reinfahren. Warte, noch nicht, noch nicht, Leute, noch nicht, Leute. Noch können die abdrehen mit ihren Fallschirmen. Also jetzt für FIB. Noch nicht jetzt, euch erkenntlich geben. Komm, hier links, komm, hier links. Siehst du da einen Fallschirm? Wir werden jetzt gleich erst jeden Moment landen mit ihren Fallschirmen. Wird noch einen Moment dauern. Ja, okay, jetzt sollte eigentlich auch genug Zeit vergangen sein, noch nicht. Dann haben wir einfach Pech. Dann können wir jetzt reingehen. Dann kommt der FIB. Na, dann, wir schauen mal. Ja, wir sind, wir sind weiß und braun angezogen, ne. Nur so zur Sicherheit, dass er nicht auf uns schießt. Also, PD hier können... Also, wie gesagt, ich hab das gesehen, wie die rausgejumpt sind, ne. Wir haben ja den höchsten Verdacht, dass jetzt hier Zivilisten im Staatsgefängnis sind. Waren wir rein? Ja, wir fahren rein. Mit keinen guten Absichten. Daniel, bist du anwesend? Kommen die auch, oder? Ja, natürlich. Praxis, ich mach... Ja, ich hab die anderen LSPD-Einheiten angefordert. Wir sind unterwegs. Fährst du rein? Ah, da klettert sich schon hoch, oder seid ihr das? Ne, das sind wir jetzt gar nicht. Muss nur zumachen. Waren wir davor? Kein in den Hof, oder? Ja, ja. Ich wollte nur wissen, ob Daniel da ist. Die laufen mittendrin rum. Die sind bei der Einzelzelle. Die landen da gerade, ich seh die. Die landen auf den Dächern, glaub ich. Die sind bei der Einzelhörer. Ah, hab ich. Wenn ich den reingesteckt hab. Der Heftling hat ne Waffe bekommen. Der Heftling hat ne Waffe bekommen. Geht mal mit dem Heli drüber und macht dem... Die sollen alle Hände hochnehmen. Wir haben hier EMP, aber ich glaub, wir gehen mit dem Heli drüber, oder? Ohne Waffen. Hey, ich backsnap, ich backsnap, ich backsnap. Geht rekt! Seid als Aufmerke huण wird, gibt's Bekonänt der Heftling. Citalle-Aktur-Aktur-B pump Хzry-X Krep Martin ist weg, wenn wir kommen. hydrogen-Aktur-Aktur-Aktur-Waffe das ströpf-Aktur verschwunden. cambi betries Meaning lassen, Sache geeai, und prü Natural.